Wir sehen selbst, dass Innovation allen voran, auch von jungen Unternehmen kommt und diese dann, vor allem die deutsche Wirtschaft, auch besonders erfolgreich machen können, wenn sie in enger Kooperation mit der etablierten Industrie zusammenarbeiten. Wir von InnoSabi sind ein sehr junges Unternehmen, gegründet 2010, erstes Geschäftsjahr 2011, und fokussieren uns seit 2014 auf unsere Software-Plattform, auf ein Software-as-a-Service-Geschäftsmodell, einer Cloud-basierten Plattform für Innovationsprozesse. Und Sie sehen schon an dieser kurzen Firmengeschichte, ja, das Thema ist das Gleiche geblieben, wie verändern sich Innovationsprozesse in Zeiten der Digitalisierung, aber unser Geschäftsmodell und unser Produkt dahinter, das hat sich immer wieder geändert und angepasst und das wird auch so weitergehen. Ja, ein junges Unternehmen muss konstant, man spricht ja so vom Pivoten im Startup-Jargon, muss konstant sein Geschäftsmodell anpassen und an die Bedürfnisse des Kunden und des Marktes, sonst könnten wir gar nicht überleben. Das heißt aber auch, unser eigener Innovationszyklus ist natürlich sehr, sehr, sehr schnell. Und wenn ich von unserer Vision Big Data for Innovation, datengestützte Entscheidungen im Innovationsprozess spreche, dann heißt das auch, wir müssen wirklich im Wochentakt unser Produkt weiterentwickeln, müssen uns die richtigen Leute an Bord holen, müssen die richtigen Partnerschaften schließen, müssen die Kunden finden, die auch für diesen neuen Weg bereit sind, die ersten Schritte zu machen und gestalten diesen Weg aber ähnlich, wie wir das mit unserer Plattform anbieten, natürlich auch sehr häufig partnerschaftlich, kollaborativ und offen. Meiner ganz persönlichen Meinung nach ist Deutschland ein wahnsinnig guter Nährboden für Gründer aus dem B2B-Umfeld. Das heißt, alle Unternehmen, die sich gründen im Umfeld, Industrie 4.0, Internet of Things etc. und somit auch als Zielkunden die etablierte Industrie haben, das sind die, wo wir, man könnte fast sagen, hier in Deutschland eine Art unfairen Wettbewerbsvorteil haben aufgrund der unglaublich guten Rahmenbedingungen, die wir in der Industrie haben. Das heißt aber auch, damit Startups hier erfolgreich sein können, müssen da Rahmenbedingungen geschaffen werden, in dem solche Kooperationen gut möglich sind. Das hat viel auch mit Ökosystemen zu tun, dass es Veranstaltungen gibt, Gremien, Möglichkeiten, dass genau diese zwei Welten aufeinandertreffen, dass man ins Gespräch kommt. Hat viel auch mit der Organisation der großen Unternehmen zu tun, dass die, also man redet häufig jetzt so von Landing, Landing Strips nennt man es, glaube ich, wo Unternehmen ganz konkret sagen, hier ist eine Anlaufstelle für Startups, für Zusammenarbeiten und dann dafür einen Rahmen schaffen. Denn häufig, also ein ganz konkretes Beispiel, ist irgendwie, unsere Kunden sind große Unternehmen und dann entscheidet sich ein solches Unternehmen mit uns zu arbeiten, hat aber keinen, im Einkaufsprozess, keinen Standardprozess für eine cloudbasierte Software-as-a-Service-Lösung. Und das heißt, dieser Standardprozess und die dazugehörigen Vertragswerke müssen dann erst einmal eingerichtet werden etc. und dann gehen vielleicht sechs Monate ins Land, bis dahin haben wir schon wieder das nächste Produkt auf dem Markt. Das sind so die Rahmenbedingungen, die hier gegeben sein müssen, damit Startups in Deutschland auch erfolgreich sein können. Crowdsourced Innovation, also das offene Gestalten von Innovationsprozessen über das Internet, funktioniert auch in der Forschung. Beispielsweise hat die FAU Erlangen-Nürnberg die Open Research Challenge.org gestartet. Mithilfe der InnoSabi Crowd-Technologie haben sie eingeladen, an aktuellen Forschungsprojekten der FAU Erlangen-Nürnberg teilzunehmen, sich einzubringen und haben das an internationale Forscherteams ausgeschrieben. Da ging es beispielsweise um die Verbesserung von Fahrplänen für mehr Energieeffizienz, da ging es um Cybercrime-Vermeidung etc. Also wirklich auch anspruchsvolle Themen. Das hat internationale Aufmerksamkeit erregt. Gewonnen haben Teams aus Australien, aus Estland, aus Mexiko und haben so nicht nur in einem Open Innovation Verfahren die konkreten Forschungsvorhaben unterstützt und gefördert, sondern haben natürlich die FAU Erlangen-Nürnberg auch in einer Forschungsvermarktung, in einer Sichtbarkeit der Universität und ihrer Tätigkeiten unterstützt. Also hier eine sehr spannende Plattform, die ein Prinzip, was wir bisher in erster Linie aus der Wirtschaft kennen, die Crowd-System Innovation, übertragen auf Forschungsvorhaben und so sehr, sehr erfolgreich umgesetzt wurden. Ein spannendes Beispiel ist aktuell in der Entstehung. Da geht es um das gemeinsame Schreiben von Veröffentlichungen von Forschern auf Internet- und digitalen Crowd-System Innovation-Plattformen. Also beispielsweise die interaktive Wertschöpfung, was ja nun wirklich eines der Standardwerke der letzten Jahre ist, vor dem Hintergrund sich verändernder Innovationsprozesse, wird in der nächsten Auflage quasi über eine Kollaborationsplattform gemeinsam weiterentwickelt. Und wir sind stolz da, Partner sein zu können. Wir haben häufig die Erfahrung gesammelt, dass wenn ein großes Unternehmen mit uns arbeiten will, grundsätzlich die Bereitschaft dazu hat, den Enthusiasmus, was Neues anzugehen, dass dann aber sehr schnell auch das Argument kommt, ihr könnt uns ja als Referenz nutzen. Die Tatsache, dass ihr mit uns arbeitet, ist ja sehr, sehr viel für euch wert, also macht es doch kostenlos für uns oder zu einem sehr, 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 sehr günstigen Preis, der für uns nicht mehr wirtschaftlich ist. Und ja, natürlich ist eine solche Zusammenarbeit eine gute Referenz, aber was nichts kostet, ist auch nichts wert. Soll heißen, das führt häufig dazu, dass die Zusammenarbeit nicht die Priorität hat, die sie haben sollte, damit nicht unbedingt erfolgreich ist und somit keinem von beiden Seiten hilft. Das heißt, mein großer Aufruf an gerade auch Konzerne und sehr große Unternehmen, die mit Startups arbeiten wollen, ist sich zu überlegen, wie kann eine solche Zusammenarbeit für beide Seiten wirtschaftlich sein, wie kann sie für beide Seiten fair und gut ausgestaltet sein und dem somit quasi diesen Wir-wollen-doch-nur-Spielen-Charakter zu nehmen. Ja, der häufig, also alle Großkonzerne wollen gern lernen, wollen sich austauschen mit Startups, wollen gern Partnerschaften und Kooperationen schließen. Das endet dann häufig in Meeting-Marathons, in unendlichen Präsentationen, in Dokumenten, aber selten in tatsächlicher Zusammenarbeit. Und hier mehr PS auf die Straße, mehr Doing und tatsächlich auch Rahmenbedingungen schaffen, die für beide Seiten wirtschaftlich sind. Das ist meiner Meinung nach das Erfolgsrezept für die Zusammenarbeit zwischen großen Unternehmen und Startups. Viele große Unternehmen merken, dass wenn ihre, im Rahmen der Digitalisierung, die Produkte und Services, die sie anbieten, digitaler werden, muss der Weg dahin es eigentlich auch werden. Und sie fragen sich, wie kann ich Prinzipien, die ich so aus der agilen Softwareentwicklung kenne, wie kann ich die übertragen auf meine Innovations- und Produktentwicklungsprozesse. Und was dabei rauskommt, ist, dass Prinzipien wie Offenheit, Transparenz, Zusammenarbeit, Kollaboration, dass die ganz selbstverständlich Teil werden des Innovationsprozesses. Und das heißt aber vor allem auch, dass sich Unternehmen immer mehr Gedanken machen, wie kann denn dafür auch so eine, wie nennt es Innovationsinfrastruktur, also wie kann eine digitale Infrastruktur für solche neuartigen Innovationsprozesse ausschauen. Und viele Unternehmen starten dabei mit einem kurzen Piloten. Sie sagen, sie möchten einmal ein Produkt in einem solchen agilen Ansatz entwickeln und merken dann, dass sie so schnell zu Entscheidungen kommen und dass sie so schnell auch den direkten Draht zum Kunden haben, dass sie auf gute Ideen kommen, Technologien finden, dass viele häufig eine solche Art der Zusammenarbeit wirklich als ihre Grundlage für alles sehen, was sie im Innovationsmanagement tun. Und sie fragen nach Visionen. Meine persönliche Vision von Crowdsourced Innovation ist, dass wir da Entscheidungen immer mehr auch auf Daten basieren lassen werden, auch im Innovationsmanagement. Klar ist so das kreative Genie und der kreative Austausch wird immer weiter wichtig sein, um neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln. Aber diese werden gestützt werden durch Informationen, die ich aus Daten gewinne, rund um, wo sind spannende neue Technologien, wo sind auch ungelöste Probleme, wo sind die Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten will. Also ein ganz konkretes Beispiel. Elf Prozent aller Bewertungen in Online-Shops enthalten Verbesserungsvorschläge oder Ideen. Und das landet heute natürlich quasi ungelesen im Kundensupport, der sagt, es ist kein Problem, keine Beschwerde, die ich jetzt löse, Ablage P. Das ist aber wertvolles Wissen, was natürlich im Innovationsmanagement gebraucht werden kann. Und das ist die Art von Daten, die ich als essentiell sehe, um im Innovationsmanagement zukünftig Entscheidungen treffen zu können.